Kirchen, Kirchenmädchen, hör auf dein Herz! Oh, Mutti, du bist echt alles, was wir hier nicht brauchen. Dieter, geht's noch? Warte, warte, warte. Der Nachteil an dir ist, dass du keine Vorteile hast. Keine. Wenn du so weitermachst, bleibst du sitzen. Oh, leidest du an Intelligenzallergie, Mutti? Alter! Mensch, Dieter, probier's doch mal auf Englisch.